Oh weia, ja, da sieht man mal wieder. Simon, vom Wegen hier, durchtrainierter Rockstar. Nix da, put in die Knie. Naja, nichtsdestotrotz ist der Simon zurück und hat sein böses, anderes Ich, den Simon, zurückgelassen. Komm weg, Gruppi. Ich fang dann schon mal an, ja? Weil ich weiß, die Leute wollen nicht dich hören, die wollen mich sehen. Ja, dann geh ich doch einfach zurück. Nein! Du musst doch kommentieren, wie ich's hier drauf hab. Ne, du hast es ja nicht, du hast ja das Problem dabei. Ich finde, wir lassen einfach die Bilder sprechen. Und hören auch mal zu, ob du wirklich die Töne triffst. Es ist jetzt auch schon echt schwieriger, das ist jetzt schon so ein Fünf-Sterne-Lied, wo man wirklich extrem schon schnell sein muss. Und vor allem auch Training brauche, was ich ja in letzter Zeit nicht hatte. Also nur immer so ein Triller zwischendurch, ist doch kein Problem. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir mal hören, wie du spielst. Das ist ja nicht. Ich glaub, das könnte das Pfeffer aus der Regie besser als du. Oh, jetzt, oder und jetzt. Oh, jetzt kommt es. Oh, gegen Ende war ich dann trotzdem nur mal cool. Achtung, jetzt kommt es, das kommt die Finale. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Es ist echt was anderes, wenn du hier stehst und, weißt du, wenn du daheim in deiner Luxusvilla bist. Die Groupies hier zu Füßen liegen. Ja, und Kollegen wie Pepper einen dann auch anspornen, noch mehr hinzufügen. Der Pepper spornt dich also. Aber warum wir es gerade hier von zeigen haben. Dann komm Junge, wir machen mal ein Zweier. Na gut. Ist ja eh das letzte Take. Im nächsten zeigst du ja diese komische Konsolengedönse-Dingens. So, warte mal. Sollen wir CC-Top machen, weißt du, bräuchten wir nur irgendwie hier die Profession, dann könnte man die Gitarne unternehmen und so, das ist ja viel cooler. Wird nicht funktionieren jetzt. Dumm, dumm, dumm. Wir können es ja versuchen. Wir nehmen was, was geschrieben wurde, als du noch jung warst. Ja. Born to be white. Und die Hoffnung noch bestand, dass du niemals existieren wirst. Irgendwie funktioniert das Teilen bei mir nicht so richtig. Okay. Okay. Das ist schon ein bisschen schwer, jetzt halt auch drei Sterne. Aber du hältst dich gut. Nein. Dann hast du nie die Leute gesehen, die bei mir schon gespielt haben. Das kann gut sein. Waaah. Mitsingen soll ich mal lieber nicht, oder? Lieber nicht. Zeig du, darfst nicht deine Kamera auf meine Gitarre legen, dann verspiel ich mich doch. Auf Wiedersehen. Und Finale! Wir haben es immer noch drauf, oder? Okay, einen schaffen wir noch? Wollen wir noch? Wir dürfen noch. Einen langen, hat er gesagt. Dann mache ich mal... Ich meine, ein kurzes natürlich. Ach, das ist sowieso ein Max. Ja, das ist ja bewusst. Pass auf, dann habe ich noch was Schönes. Wo habe ich es denn? Ach, habe ich jetzt leider nicht. Habe ich jetzt nicht. Scheiße. Was denn? Egal, nehmen wir das. Was denn? Was war es denn? Ich habe eigentlich noch... Merry Christmas hätte ich noch gehabt. Oh, wie schön. Aber das habe ich noch freigespielt. Bad Madison. Gah, gah! Er sister! Mike! Er ist ja, das wie gut... Know oldu! Hat er nicht... linear... Na, vor ihm currency! Han kam auf seine hooplazen. Er sind nur noch verèrten, Ich kann jetzt nicht reden, Pepper. Mann, das hätt man in der Challenge machen sollen. Okay, komm, den kriegen wir auch noch. Okay, wir sind zwar nicht mehr im Rhythmus, aber wir sehen verdammt cool aus. Okay, wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. Und jetzt geht's noch ein Rhythmus. Au!